Hallo meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch zu Dinge, die meiner Meinung nach in Harry Potter zu kurz gekommen sind oder von denen ich mir sogar eigene Filme wünsche. Na, Harry Potter! Fangen wir gleich an mit B-Elfe-R, dem Bund für Elfenrechte. Oder auch Belfer, wie es Ron immer nennt. Das allerdings im Deutschen nicht funktioniert, aber dazu kommen wir gleich. Der von Hermine ins Leben gerufene Bund für Elfenrechte setzt sich für Hauselfen ein, damit sie ihren Status als Sklaven verlieren. Also das ist dein Gebieter. Die Familie, der du dienst, sind die Malfoys. Was in den Filmen allerdings nahezu komplett ignoriert wurde, bis auf Creature, der mit seinem Sklavenleben unter dem Blecks durchaus zufrieden war, und Dobby, der das genaue Gegenteil war. Creature ist ja da. Dabei finde ich die Geschichte eigentlich richtig gut. Und Hermine hat B-Elfe-R ins Leben gerufen, als sie herausgefunden hat, wie schlecht Hauselfen behandelt werden. Und über 100 Hauselfen sogar in Hogwarts arbeiten. Leider kam aber auch in den Büchern das Ganze nie richtig in Fahrt. Anfangs machten natürlich Ron und Harry bei B-Elfe-R mit, doch alle anderen, die einen von Hermine angefertigten B-Elfe-R-Anstecker gekauft haben, taten es, wie Neville zum Beispiel, nur um ihre Ruhe zu haben. Und die Krönung war, dass die Hauselfen ihren Sklavenstatus behalten wollen. Bis auf einige Ausnahmen wie Dobby. Dobby ist frei! Nun noch die kleine Auflösung zu Belfa, das im Deutschen nicht funktioniert. Im Englischen heißt es nämlich S-P-E-W. Society for the Promotion of Elfish Welfare. Gesellschaft zur Förderung des elfischen Wohlergehens. Allerdings bedeutet S-P-E-W, also Spew, im Englischen Kotze. Das ist eklig. Als erste Hoffnung auf einen weiteren Film hoffe ich auf einen Film über die Hogwarts-Gründer. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin. Also einen Film über ihr Kennenlernen, über ihr Leben, wie sie dazu gekommen sind, eine Zaubererschule zu gründen und im Großen und Ganzen über die Entstehung von Hogwarts. Und ich würde sagen, das Ganze könnte ich mir auch sehr gut als Serie vorstellen. Ein weiteres Beispiel für das, was in den Filmen vergessen oder ignoriert wurde, ist der Poltergeist Peeves. Ein in Hogwarts lebender Geist, der als Poltergeist allerdings nie gelebt hat, also vorher kein Mensch war. Als unsterbliches Katastrophenwesen amüsiert er sich auf Kosten anderer, und zwar auf die Kosten der Schüler und Lehrer. Nur dem Schulleiter bringt er ein gewisses Maß an Respekt gegenüber. Da, so vermutet man, der Schulleiter der Einzige ist, der ihn von Hogwarts verweisen kann. Der Einzige, der Peeves allerdings wirklich unter Kontrolle hat, ist der blutige Baron, von dem er nämlich ziemliche Angst hat. Der blutige Baron! Schon lange versucht man ihn erfolglos loszuwerden und das wird sich auch nicht ändern. Als nächste Filmidee würde ich gerne etwas von James und Lily Potter und natürlich auch von Severus Snape sehen, sowohl vor, während und nach der Schulzeit. Und ich schätze mal, viele von euch würden sich genauso darüber freuen wie ich. Was in den Filmen leider auch nahezu völlig ignoriert wurde, ist die Geschichte von Tonks und ihrer Metamorph-Magie. Im Grunde kann sie sich durch die Metamorph-Magie durch reinen Willen in alles verwandeln, das sie will. Das Einzige, was man darüber allerdings in den Filmen sieht, ist, wie sie ihre Haarfarbe ändert oder wie sie sich einen Schnabel wachsen lässt. Zaubergamot stattfinden. Ich verstehe das nicht. Auch über ihre Lebensgeschichte wird kein Wort verloren, denn ihre Mutter, Andromeda Tonks, ist eine gebürtige Black. Wurde allerdings aus dem Stammbaum der Blacks entfernt, nachdem sie einen muggelstämmigen Zauberer, Ted Tonks, geheiratet hat, der als Schlammblut natürlich nichts in einer reinblütigen Familie zu suchen hat. Nach deiner Meinung hat niemand gefragt, du wertloses Schlammblut. Viele wissen auch gar nicht, dass es anfangs zwischen Remus und Tonks gar nicht so gut aussah, da Remus als Werwolf keine Liebesbeziehung eingehen wollte. In dieser Zeit war die eigentlich sehr farbenprächtige Tonks eher blass und unscheinbar, was darauf schließen lässt, dass die Metamorph-Magie auch sehr stimmungsabhängig ist. Nicht hier, Nymphadora! Nenn mich niemals, Nymphadora! Als dritte Filmidee wäre auch die Geschichte von Tom Riddle, also Lord Voldemort, sehr interessant. Im Großen und Ganzen wissen wir zwar, wie sein Leben war. Seine Mutter hat ihm mit einem Muggel gezeugt, den sie mit einem Liebestrank gefügig gemacht hat und er selber ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Aber über sein eigentliches Leben und wie alles gekommen ist, darüber wissen wir relativ wenig. Ich kann auch mit Schlangen reden. Auch das erste eigentliche Auftreten von Lord Voldemort und den Todessern wäre bestimmt brauchbares Filmmaterial. Von heute bis in alle Zukunft werdet ihr nur einem folgen und das bin ich. Und nun kommt etwas, das mir sogar eigentlich in den Büchern zu wenig war. In der gesamten Geschichte gibt es eigentlich nur drei Animagi. Nämlich Sirius, der sich in einen Hund verwandeln kann. Peter Pettigrew, also Wurmschwanz, der sich in eine Ratte verwandeln kann. Und Professor McGonagall, die sich in eine Katze verwandeln kann. Das war mega abgefahren! Am geilsten wäre natürlich gewesen, wenn einer der drei, oder vielleicht sogar alle drei, diese Fähigkeit erlernt hätten. Von mir aus hätten sie sich sogar durchaus registrieren lassen können. Die Registrierung ist ja, welches Tier, besondere Kennzeichen, damit man denjenigen immer erkennt. Aber es wurde einfach nie in Erwägung gezogen. Aber was sagt ihr dazu? Würde mich mal interessieren. Bist du vom Flo gewissen? Du versaust die ganze Operation! Und als letzte und meiner Meinung nach beste Filmidee würde ich mich über einen Film über das Zaubereiministerium freuen. Und vielleicht sogar aus der Sicht von Arthur Weasley. Donnerwetter! Ist das wahr? Eigentlich glaube ich, dass so ziemlich jede Abteilung des Zaubereiministeriums interessant genug wäre, um einen Film daraus zu machen. Ob es jetzt das Büro gegen Missbrauch von Muggelartefakten oder die Aurorenabteilung ist, ich bin mir sicher, so ziemlich jede Abteilung würde genug Stoff bieten für mindestens eine Trilogie. Mysteriumsabteilung Doch nun seid ihr dran. Was ist für euch zu kurz gekommen? Oder was wollt ihr noch als eigenständigen Film sehen? Schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare. Das sind Ministeriums interne Memos. Früher hatten wir dafür Eulen. Die Schweinerei war unbeschreiblich. Und vergesst nicht, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, fühlt euch frei, einen Daumen nach unten zu geben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!